Wir sind ja gerade erst mal bei Tag 13. Ich habe schon gedacht, wir wären Tag 14. Achso, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Verdammt, dann hätte ich ja weitermachen können. Okay, das moderne Kunstwerk hier müssen wir ja noch entfernen. Das sieht furchtbar aus. Und, oh, ich bin dehydriert. Oh, 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 oh. Also, dann wollen wir erst mal was trinken. Prost. Prost. Na, noch eine Ladung. Sehr schön. Schickenspeck mit Eiern. Ich werde dann unten Kisten bauen, wo wir unser Zeug mal verteilen können. Ja, aber. Und zwar zehn Stück. Das geht nämlich passend auf. Okay. Und zum Händler müsste ich auch mal. Der Alf ist ja leider nicht da. Deswegen muss es ja einer von uns machen. Oh, hast du schon einen Generator gebaut? Nein, ich habe ihn gefunden. Den hast du gefunden. Oh, der ist ja super. Ja, das steht ja auch recht gut. Dann lass uns mal später was einfallen. Ja, mir war es wichtig, dass er beim Ding liegt. Äh, steht. Bei diesem Gebäudeschutzblock. Gebiets. Kommst du runter? Wir bauen die unterste Reihe ab und lassen es einstürzen. Ich hör mal auf seinen Rucksack. Der müssen wir dann sagen, dass es seiner war. Oder war es meiner? Ich weiß ja, egal. Nimm einfach raus, was drin ist. Oh, hat es Kaffee? Dann kann man hier auch schneller zerlegen. Oh, hat es Kaffee? Okay, äh, ich habe Werkzeugschmied 4. Du hast 5. Mhm. Das heißt, du kannst schon Level 200 Werkzeug machen, richtig? Über 200. Über 200. Hm. Über. Überhaupt nicht. So, du brauchst 20 geschmiedetes Eisen für eine Axt, richtig? Genau, ja. Aber ich habe 15 dabei, deswegen kann ich mir 10 geben. Du hast 15 dabei, pass auf, dann machst du mir eine... Eisen-Spitz-Hacke und eine Feuer-Axt. Okay, dann musst du mir aber das... Also 16 plus 10, ne? 16 plus 10, 26. 16 plus 10, 26. Du kriegst von mir 36, so ein bisschen Trink, die Ölstiegebrüche. Warte. Da, gib ein Säckchen. Ah, danke. Tschüss, ne? Tschüss, tschüss. Tschüss. Was gut. Danke, guter Handel. Ja, ja, geil. So. Muss ich halt mit meiner good old Stein-Axt machen. Fashion. Wie lange brauchst du? 3 Minuten, 4 Minuten? Also, ich mache jetzt... Was brauchst du als erstes? Äh, die Axt. Damit wir hier mal das Kunstwerk antifernet haben. Also, die dauert noch 2 Minuten 20. Okay. Passt. 50 Holz hier rein. 56 Holz hier rein. Lass mal die Schmiede noch ein bisschen laufen. Wir haben ja, glaube, genug Metall. Trocken. Ja, ich such gerade... Ach, da. Geschmiedetes Eisen. Wie viel? 93 Stück. Jawohl. Lass laufen, Junge. Wir haben für 46 Minuten Brennstoff und 11 Minuten braucht es. Sehr schön. Mhm. Müssen wir halt wieder mit Kreischern rechnen. Ja, ja. Ich hasse das, wenn die Kreischern wegen der Schmiede kommen, beziehungsweise, wenn die Schmiede oben ist. Ja. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Mist, wo tun wir den Stopfetzen rein? Wir haben doch bestimmt... Medizin, glaube ich, war es. Munitionskiste, glaube ich. Ja. In der Munitionskiste, genau. Oh mein Gott. Das hast du... Da sind noch Lederhandschuhe, also die... Dann... Du weißt Bescheid. Und dann... Schwur? Achso, nee. Achso, nee. Ich mache ja Rüstung, ne? Ja, richtig. Also, hattest du mal vorgehabt. Ich weiß, ich weiß. Achso. Ganz vergessen. Ich werde es lernen, ja. Ich habe vorhin noch irgendwas anderes gelernt, aber ich habe vergessen, was aber es war irgendwas Wichtiges. Atmen. Also, wie du gesehen hast, ich habe Pilze angepflanzt. Die lasse ich da jetzt mal alle wachsen. Okay. Und ich habe noch ein... ...ein Attentat auf unseren Garten vor. Den baue ich nämlich nach oben. Wie nach oben? Nach oben. Ich kann ja Terrassen bauen. Okay. Eine Terrasse, ja. Und dann baue ich einfach eine Terrasse drüber und dann geht es immer weiter hoch. Ja, aber du weißt schon, das braucht direktes Sonnenlicht. Ja, ich weiß. Das ist ja schon alles offen. Das sind nur so vier Dings. Ähm, vier... Säulen, die nach oben gehen halt. Aber links wird reicht zu schaffen. Gehen auch Gitter drumherum? Äh, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Glasblöcke gehen. Glasblöcke. Hm. Also, die brauchen nur Licht. Ja, ja. Licht. Keine Luft, kein Wasser, nichts. Einfach nur Licht. Einfach nur Licht. Einfach. Einfach gut. Einfach, genau. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach gut. Also, deine Axt mache ich hier mal rein. Okay, haben wir noch irgendwo Stein? Ich habe 3.000. Äh... Lege ich zu deiner Axt. Ich bin da drüber, in der Kleine. Dankeschön. Jawohl, vernünftige Axt, sehr schön. Spitzhack, hast du mir auch gemacht? Die ist gerade noch am fertigen. Okay. Dann brauche ich noch eine stinknormale Steinachs. Dafür brauche ich noch Pflanzenfaser. Ich bin gleich wieder da. Ich habe ein bisschen Pflanzenfaser. Okay. Ah, wer hat einen Eisenstang gemacht? Äh... Vielleicht war es ich. Ich weiß es nicht. Mhm. Brauchen Tumorze irgendwann mal. Das Problem ist, das Gebäude hebt sich selber hier unten. Also müssen wir ein bisschen abholzen. Kein Problem. Holzer. Holzer. Lass dich so. Soll eigentlich reichen, wenn wir gebogen, gebückt drumherum stehen. Reicher. Ja. Nicht machen. Komm mit. Ach, äh, nee, du brauchst ja eh noch EP. Genau. Scheiße. Ich... Ich steckst du fest? Nein, diese doofe Falle. Die war irgendwo links. Irgendwo links. Dieses links oder in die, das links oder in die, das links oder in die, okay, ich gucke. Okay. Dann gehen wir mal rüber. Hallo. Das war nicht gute Idee hier. Das war nicht gute Idee hier. Sag ich, ich sehe was krabbeln. Ich sehe was krabbeln. Ja, das ist die. Hat die geschrien? Ja. Und das steht, die Krabbel. Sie ist tot. Da macht ja nichts, das sind ja nur vier Zombies. Also, die stacheln dir nimmst weg. Den Graben war nicht schlecht, dass man laufen kann. Oh, gar keine Munition, ne? Wenn du willst, kann ich vergeben. Ich hab... Ach so, du hast schon schlimm. Ja, ich muss ja erst auswählen. Okay, äh, tja. Bin unvorbereitet hergekommen. Hab null gekillt. Echt? Ich hab alle... Nee. Doch, du hast alles getötet. Hm. Okay. Cool. Cool. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen, geh mal rein, machen wir weiter. Ja. Ich habe Hunger. Dann iss was. Dann iss doch was. Iss du. Ich muss groß und stark werden. Was haben wir denn noch da, ja? Wir haben noch sieben gegrilltes Wildbret. Ah, ich stehe ja so auf Dosenfass. Okay. Ey, wir haben nur noch einen Pilz, gell? So, Königsberger Klopse. Ne, wir haben mehr Pilze. Okay, hast du irgendwo anders einen Pilz eingetan? Weil ich sehe nur einen Pilz. Schau in den Garten. In den Garten? Okay, da... Da... Aber wenn du einen Pilz hast, den nehme ich dann raus. Ja. Und dann mache ich nochmal das Samen draußen. Okay. Das wäre gar nicht gut. Gut. Hm, hm, hm. So, ich muss mir jetzt auch eine Axt machen. Ganz schön stabil, die Konstruktion. Ja. Ja, das ist eigentlich nur, weil es großflächig ist. Okay, okay. Oh, hier ist noch... Ah, hier sind noch Teile vom Zelt. Ahaha, jetzt fallen die ersten Teile runter. Leerer, muffiger Rucksack. Das ist bestimmt einer. Muffig. Ne, ne. Doch, doch, das wird das sein. Der Kerl der Karte. Nein, nein, nein. Achtung, hier könnte es eventuell auch gleich unterbrechen. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Gebäude fällt. Ach, doch nicht. Und wie ist die Axt? Ja, ja, ja. Oh, toll. Kaffee. Und... Ja, jetzt ist es schon viel besser. Viel besser. So, jetzt muss es aber fallen. Was ist da los? Äh, nein. Stark aufgerüsteten möchte ich nicht zerlegen. Genau. Hier ist Holz. Das Sunsack macht es. Ja, ich glaube auch. Coolen Mittag kann ich ohne Kaffee so oft schlagen wie ich will. Ich bin immer dann mit voller Ausdauer. Ja. Hm. Ach, ich wollte ja was essen. Ja, iss was, Junge. Oh, du bist groß und stark, Werder. Ja, da ist noch was, da ist noch was. So. Ist die Eisenspitzacke fertig? Ach ja, ja, nicht schlecht. Dann können wir den Rest hier auch noch zerlegen. Kalscher, kannst du machen, wenn du willst. Okay. Dann mache ich hier weiter. Mal schauen, ob er wieder aus der gleichen Seite kommt. Jetzt friere ich. Hm. Nein, hier ist nichts los. Wissen Sie, wie du einen Kalscher gehört hast, Hasch? Ja, ich habe etwas gehört. Du hast etwas gehört. Ja, klang ziemlich nach Kalscher. Hm, 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 hm. Nope. Oh, doch, da unten im Graben ist er. Guck, guck. Na, guck. Ich hatte recht. Nein, das hört sich für mich. Bäm. Oh. Wow. Ordentliche Reichweite, die Pumpgun. Ja, die Pumpgun ist echt gut geworden. Aber ich weiß nicht, wie die kurzläufige ist. Die ist nicht so besonders. Also aus kurzer Entfernung, klar, ganz toll. Hm. Aber sobald es, äh, äh, zwei Meter und weiter geht, dann, äh, ist er schon wieder schrotten. Ja, okay. So, hin und den Parcours. Kann man das wieder reparieren? Oh ja. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann räumen wir hier den Rest noch auf und dann überlegen wir uns, was wir hier montieren, ne? Oh, Garsch.